Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich bin's Kati und ich habe hier heute wieder etwas von Violetta und zwar den V-Secret Pen. Das ist ein Stift, mit dem man eine Nachricht schreiben kann und diese dann mit speziellem Licht sichtbar machen kann. Also so ein Geheimstift. Ich hatte euch vor einiger Zeit auch schon mal so ähnliche Stifte gezeigt. Die waren nicht von Violetta, aber da konnte man auch so Nachrichten mit sichtbar machen. Finde ich auf jeden Fall super spannend, sowas. Ist von Giorgi Preciosi, geeignet für Kinder ab vier Jahren. Und wir schauen mal hier hinten. Erst schreiben und dann mit dieser Blume, also da drin ist dieses bestimmte Licht, das Ganze sichtbar machen. Und hier Schreibe mit dem Kugelschreiber. Ach, ein Kugelschreiber ist glaube ich auch noch mit dabei. Aber das werden wir jetzt einfach mal testen. Ich hole den da mal raus. Eine Anleitung ist mit dabei. Und das ist der Stift. Der sieht auf jeden Fall ziemlich schön aus. Hier oben ist eine lilafarbene Blume mit einem Diamant in der Mitte. Da drunter ist dieses Licht. Und hier in der Mitte, das glitzert richtig schön. Und hier, das ist der Stift. Sieht erstmal aus wie ein Kugelschreiber. Vielleicht ist das auch der Kugelschreiber. Und wenn man das Ganze hier öffnet. Nee. Ich dachte, da gäbe es zwei verschiedene Stifte vielleicht. Das ist auf jeden Fall der Kugelschreiber. Und nochmal hier schauen. Ich glaube, das ist gar nicht vorgesehen, dass man das öffnet. Ich bin einfach zu neugierig. Ich schaue hier auch nochmal rein. Ach nein. Hier, das ist der besondere Stift. Also doch tatsächlich. Ach, und hier leuchtet es auch schon. Also habe ich mich nicht vertan. Es gibt zwei verschiedene Stifte. Einmal hier der Kugelschreiber und hier der Geheimstift. Und das will ich natürlich jetzt auch mal ausprobieren. Ich habe da ein Blatt Papier vorbereitet. Und da schreibe ich erstmal. Violetta. Cool. Der Kugelschreiber ist so rot-pink. Sieht total schön aus. Ich dachte, das wäre jetzt ein schwarzer oder ein blauer Kugelschreiber. Und als Überraschung, es ist... Es ist ein roter Kugelschreiber. Wenn ich da jetzt mit dem Licht drauf leuchte... Man muss übrigens auf diesen Diamanten drücken, um zu leuchten. Das sieht erstmal ganz normal aus. Und jetzt mal hier mit dieser Geheimschriftseite. Da sieht man jetzt wirklich gar nichts. Und jetzt leuchte ich mal mit meiner Blume. Ja, jetzt erkennt man etwas. Ja, ziemlich cool, um den vielleicht mitzunehmen, das ganz normal zu schreiben und dann eine Geheimnachricht schreiben. Und dann muss man natürlich die Blume irgendwie mitgeben, weil nicht jeder ja so ein spezielles Licht hat, wenn das dann jemand anders lesen soll. Oder man schreibt einfach sein geheimes Tagebuch damit. Und wenn jemand das Buch findet, schlägt er die Seite auf und denkt, ach, das ist ein leeres Buch. Und wenn man dann drauf leuchtet, dann kann man nochmal nachlesen, was man so geschrieben hat. Ja, ein sehr cooler Stift, wie ich finde. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch der so gefällt. Also der sieht super spannend, interessant, witzig aus. Hier ist dieses Violetta-Muster. Hier dieses Violetta-Logo. Der glitzert, der hat oben eine Blume. Also das ist richtig so ein auffälliger Stift. Und dann mit dieser roten Tinte und oben dann noch diesen Geheimschrift-Stift. Also ich finde den super. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Stift haltet. Gerne einfach alles unten reinschreiben. Wenn euch die Vorstellung gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schaut auch unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!